Hallöchen und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together 4.3 mit dem guten alten Dr. Tommy in der Haus und den schönen Nebengeräuschen hier von draußen, die... Was ich langsam frag, was das macht? Chris, Granate! Loll, will der eine Granate schmeißen? Jetzt blüht dir deine Nähe neben ihm. Oh ne, nicht schon wieder so... Wo kommt der denn her so fair? Du kriegst Granate! Ey, Alter! Verlauster Bub hier! So, Messern! Messer sie mal... Oh, da ist ne Waffenkiste für dich! Weiß halt nur nicht, was drin ist. Da ist ja noch ne Waffenkiste für dich! Oh, tolle Granate! Gell? Hä? Geht's weiter? Geht's weiter? Hier bestimmt nö. Nö, auch nicht. Versteht nur Rauchen verboten? Nur Rauchen verboten? Hier ist nur ne Waffenkiste. Ach, Drehtür! Komm ich dann mit dem Schild durch? Nö, na doch! Nö, kann mich nicht heilen! Doch! Was jetzt? Alter! Ich wär hier fast platt! So! Körper ist aufgegeben! Super! Oh, jetzt kletter drüber, Alter! Das gibt's doch nicht! Blende fünf Gegner mit Blendegranate, eins von fünf! Auch nicht schlecht! Kiel hat Schild am fliegen! Was war mit dem Schild los? Ein bisschen verbuggt! Ja, was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Auch nicht übel! Äh, ich wollte schon sagen, wie weit willst du noch gehen? Bei uns hat es allen erwischt! Wo ist die Flatserrett? Okay! Liegst du dort? Also durchsatz, äh, hier, hier bist du durch? Ja, ich weiß, ich guck nur so ein bisschen, wer ist da? Ich bin halt ein bisschen neugierig, was hier so hinter den Ecken liegt. Eih! Ich sollte lieber nicht zu neugierig sein, sonst hab ich irgendwann eine Platte auf dem Kopf. Und da hast du die Schilder! Nö! 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 Ich kann sogar mit dem Schild hauen! Aua! Nö! Ja, merk ich schon! Solltest mal hier ein bisschen vorstehen! Ohzo Scheiße! Graut hier alles auf dem Boden nicht! Ja! Was machst du da? Raust hier und da mal die Terminals! Was? Welche Terminals? Ach, wir müssen ja bestimmt... Es wird bestimmt hier rüber sein, ne? Hm. Ach du Scheiße. Ja, ob da was lebt? Das ist die andere gute Frage. Ei! Kacke, Alter! Du und deine blöde Sache hier. Ob da jemand lebt. Gerade wo es geflackert hat, hat sich hier drin alles bewegt. Alle sind sich einig, was getan werden muss. Alle, nur nicht du. Lauf du mal vorn, ein bisschen. Was kommt jetzt? Das wüsste ich auch gerne. Da ist er! Ja, geil, den kann ich auch heben. Ich schau dir mit dem Schild. Hör rein, okay. Ja. Alter. Fremdkörper entdeckt, Facing-System offline. Schade. Jetzt bricht die Panik aus. Bin ich so kalt, ne? Hör hin! Er ist tot! Er ist tot! Verdammte Kacke! Ups. Das ist ja mal ein Zuschlag, Alter. Kanate? Ja. Du bist ja sowieso überpowered, ne? Na klar. Ah, der ist ja wieder da. Alter, kriegst du den Alter vor sich auseinander. Da haut der wieder ab, ja. Da haut der auch noch ab, hier. Was ist denn? Der ist hier! Schade, er konnte nicht durchwerfen. Ah, da ist er. Alter. Jetzt hebt den endlich hoch, ich will den übernehmen, so. Alter. Was denn? Der hinter dir! Alter, wie oft will der Typ denn hier noch auftauchen? So, wie süß da? Los, das war weg hier langsam mal, Alter. Da ist ja irgendwie langsam keine Muni mehr. Ja, ich merk's. Ja, ich merk's. Oh, Kanate. Ich bin tot. Der Typ hier, der ist wirklich ein bisschen zu oft. Du bist tot. Du bist tot. Eieieiei. Jetzt kommt die Schüsse von hinten auch noch. Da ist der Typ hier. Das sind zwei! Wester, Wester, Wester! Wester. Wester, 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 Wester. Du bist tot? Nee, noch nicht. Nö? Ich bin ein bisschen nackern. Oh, das ist wichtig. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hoffe, dass ich hier auch noch Probleme bin. Gut, alter Schwede. Da haut er wieder ab. Da kommt er wieder. Oh, rechts. Oh, nochmal Wester. Gerade aufgeladen. Hopp, hopp, hopp. Lauf. Das müssen wir denn machen. Ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Noi. Noch einer, oder was? Ach nee, das war deine Granate. Ich wollte schon sagen. Im Container! Hier drüben! Welcher? Welcher Container? Welcher Container? Ach, scheiße, ich bin zu groß für die Lücke. Sind nur Waffen drin? Äh, halleluja, du. Gutes Stück. Bis mal wieder. Welcher Container? Ja, welcher Container? Das ist hier die Frage. Ach, hier. Hab sie. Wo bist du? Ach, da bist du. Genau. So, komm mal auf. So. Schade. Körper rum. Ach, nee. Spiel mit rum. Oh. Ach, zur Schade. Oh. Ähm. Ich hoffe, wir stehen hier nicht. Äh, ich glaub, das geht schief. Aber sowas von... Danke. Kein Problem. Du bist ja schon tot. Warte, ich bin schon da. Bitte schön. Komm jetzt. Danke schön. Wir müssen los. Ja. Hey, mal langsam. Bleib bei mir. Hallo? Hm. Gute Frage. Oh, du bist diesmal der Lieblingssohn. Boah, 40.000 Punkte, alter. Alter, ich will... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, fünf Minuten. Ja, dann können wir ja noch die, äh, Zwischenszene machen. Yep. together, we would have been like gods. Hmm. But he's made sure we would always be enemies filled with distrust, with fear. Okay. Also meiner war schon immer so, oder? Jetzt hast du aber auch die Kugel zwischen deinen Augen. Ja, die Kugel zwischen meinen Augen war, weil du mich getötet hattest. Jetzt hast du aber auch warum. Abschnitt 6. Wir sind ohne Privatsphäre zusammengefercht und wollen uns nur gegenseitig an die Kugel. Wir ratten im Käfig. Unsere Mutter ruft uns zu sich, um Zeuge dieses Moments und ein Teil der Macht zu werden. Und du willst sie aufhalten? Hier gibt es nicht nur eine Möglichkeit. Wir müssen darüber nachdenken, als Familie. Das habe ich befürchtet. Die Schwattungsspissen stören die Navigationssysteme und überraschendet werden. Ich war zu Hause mit dem Schusswort und der ist die Abzettung. Und du hast hier zu Fuß weiter. Sorry, mehr geht nicht. Es ist soweit, Bruder. Wir müssen jetzt zusammenhalten, wenn du dich mir in den Weg stellen willst. Gut. Das ist eine üble Geschichte, den Bruder zu töten, aber das ist ja nichts Neues für dich. Kannst du es wieder tun? Das wird keine... ...Ratier fahren. Ich glaube, da wurde die Arbeit gerade von selbst erledigt, ne? Nee, da lebt der doch noch. Das muss verdammt schmerzhaft gewesen sein, Bruder. Ach du Schach! Scheiß, Alter. Okay. So, zweieinhalb Minuten noch. Wo willst du denn hin? Ich wollte nur mal gucken. Einmal runter. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Auch nicht übel. Keine Seele, nichts. Es ist wohl. Ein böser Schöpfer. Ach du Scheiße. Ähm... Wir sind hier unten nicht allein. Das ist schon früh, ja, Tommer. Da hängt was. Ja, hier ist eine Seele. Hm? Wo hängt was? Da hängt was. Ach, da hängt was. So, ich kann auch sagen, wir sind nicht alleine, so wie sich das hier anhört. Eine Pistole, yeah. What the? What? Ja. Ha, 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 ha. Voll lange lachen, ne? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hast du schon mal runtergeguckt? Äh. Oh, schick. Da kann man nicht durch. Geht nur hier durch. Na los, jetzt geht er. So, eine Minute noch. Also ich würde mal sagen, wir werden uns erstmal hier verabschieden. Mit dem ganzen Spektakel. Alter, Schwede. Bis in der nächsten Folge. Ciao.